Das war ja klar, Mister. Was? Äh, du? Was, ich? Guck dich mal an. Die Fresse, ich, wo, wo, was soll ich sehen? Mach bereit. Ich mach gar nichts. Auf die scheiß Aufnahme schon? Ja, ja, klatsch. Aufnahme läuft schon, du Arsch. Ah, okay. Anna? Ja? Ich will gleich meinen Besen raus. Du darfst ihn auch komplett beleidigen. Er hat es verdient. Er ist sich das gewohnt. Immer beleidigt wird. Was sollen sich die Leute denken, wenn sie sich das ansehen? Stefan. Was? Aha, merkst du was? Was soll sich das hier denken? Das hier. Aber ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Verstehst du? Nein, ich verstehe nicht. Darum lauf ich von mir selber weg. Versteht ihr das? Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Stefan. Du wolltest konnten, nicht ich? Sieh mit der Haare, mit der Drehungverstoß, ja? Du Pissscheißbotter, hast mich erschrocken, Alter. China. Oho, da ist ne neue Szeneaufnahme, cool. Wenn du noch nicht weiter oder wir nicht fahren. Jetzt wieder die gleiche. Und raus bringen. Go 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 go. Tu ist eigentlich noch in den Videos Card oder machs mal noch einfach durch. Ich komme da immer drauf an. Ah, okay, da kann ich sehr oft Erika spielen lassen. Boah, mein ganzes Zimmer vibriert wieder. Was? Da wird die Waschmaschine. Ja. Alter, ist wie eine Massage. So, wohin wollen wir? Da ist eine Waffe, da ist eine Waffe, da ist eine Waffe. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch Bolte Depots. Ja, holen wir. Was? In welchem Raum sind wir gerade drinnen? Talk 2, ne? Talk 2, ja. Drohne. Fahr zu kurz. Ich hab mein Dröhnchen. Hui. So. Jetzt klaut er mir meine Kiste. Da war eine Streumine drinnen. Kiste. Du meinst nur meine? War doch. Ey. Was war mein Sommer? Zombie. Geh in die Kirche. Ach ne, das ist ein Ferderstall. In deiner Kiste, sag bitte Bescheid. Ja. Ferderstall hat, hier ist, fühlt sich so pervers an. Jetzt hier ist einer. Hier ist, hier sind Jacken mit Sachen drin, mit Glühbionen. Hier ist eine Gasmaske. Braucht jemand eine Gasmaske? Servus. Servus. Ja. Ich hab die gepinkt. Hello. Hier ist noch ne Kiste. Hölder Kiste. Ja. Ja. Ja, gut. Stefan hat es jetzt geöffnet. Achso. Die ich gepinkt hab. Ich hab Strenge lassen. Ja, so Idiot. Ich hab auch ne Gasmaske. Fuck. Wechsel das Magazin. Fuck, 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 fuck. Was? Gib dir Rückendeckung. Bist du? So. Ich hab da das, was ich nicht brauche, hab ich wieder hingelegt. Patrick. Ich hab... Ähm, Alex. Ah? Ja, ich meine, mein Dings ist voll, ich müsste mal verkaufen. Wir haben jetzt grad frisch ne Runde gestartet. Wir nehmen dich dann gleich mit rein. Äh, alles gut. Ich wollte sowieso irgendwie eine neue Einrichtung von Call of Duty. Ah ja, das ist total beknackt, wegen nem Update. Es kann sein, dass du jetzt die Content Packs, also die Shared Content Pakete 1 bis 3 noch mal runterladen musst, so war es bei mir gestern. Ernsthaft? Das dauert doch. Ja, das ist total. Dann funktioniert das halt wieder nicht. Das ist halt Bullshit. Also wichtig ist, dass du das dritte Paket runterlädst, weil das das Multiplayer ist. Oh fuck. Das war ich nicht. 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 Mir redet grad gar nichts. Spielzeugmesser. Oh fuck. Spielzeugmesser? Ja, ich hab ein Spielzeugmesser gefunden. Das ist ein Verkaufen. Ja. Äh, hier liegen Panzerplatten, falls jemand Panzerplatten braucht. Ich hab genug Panzerplatten. Vorerst. Okay. Ich find's gar nicht die ganze Zeit Panzerplatten. Sehr gut. Ah, hier drüben ist eine Mission. Ja, der nach. Ja, ich guck gleich. Ich guck mal, was es ist. Ich glaub, Stefan hat ein Auto gefunden. Ja, ein Kombi. Ach, ihr fährt weg? Ohne mich? Nein, ich bin bei der Mission. Ach, Stefan. 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 Du bist auf. Mit Updale und Instacle, Instacle. Ich wurde grad kurzzeitig überrat Nur kurzzeitig. Ada gibt's keine Sondenpferde hier. Ah, so Representative. Ah, so Warren, ich find das Feindliche Waffen... Machen wir's meinem anderen oder nicht? Wartet kurz, was sagst du, Alex? alles gut ich bin bloß grad verwirrt mit meinem ist selbst gespräch okay ja du musst dann auch modern warfare nach dem update anders ausgehen das ist ganz komisch du musst man mit der feiertaste nach rechts und da musst du dann auf mw3 klicken und dann klickst du auf mw3 starten und erst dann geht das game auf das total beknackt jetzt ich stolze muss ja ich habe mich gestern auch mit dem nicht gesucht ob ihr müsst sichern das ganz interessant werden wo seid ihr sagt es doch ich bin drin ich gehe an die tür als erstes zum runterladen muss oder wieder installieren müssen muss ja obwohl du das schon getan hast ich weiß das ist weiß ich nicht geworden ja los wegen black ops 6 ja 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 selbst da drin noch alles an gepasst haben ist halt richtiger bullshit heute habe ich mich jetzt erschrocken die können springen die viecher also das scheint jetzt sind bei mir also konnte kann ausgesetzt werden die zwei auf du brauchst wirklich bloß die drei die anderen beiden kannst du halt einfach später runterladen ist aber ich finde den zombie modus jetzt im black ops 6 also was jetzt da noch ist finde ich nochmals heftiger tatsächlich dann ist gut das ist ja wie die alten dass sie von modern warfare ist halt äh schwach ich finde es auch auf die tue ich brauche hier jemanden zwei plattenpanzerweste äh ne ich hab hab ich das wir müssen mich komplett für den zombie modus begeistern weil der ist für mich komplettes neuland ja kriegen wir hin so ein von feuer autos ich komme präzisions luftschlag also präzisions luftschlag au achtung da in achten ich hab hier ne klau ich brauch hier jemand ne cluster mine ich hab hier noch ne cluster mine scheiße also ich bin auf jeden Fall hier heute schon mal raus das ist drei stunden oh na super ok dann versuchen wir es zu tage nochmal das ist doch echt nur bullshit weil du kannst das spiel halt wirklich nicht ohne die update starten das ist total geknackt ich höre euch noch zu alles gut ich schlapp da noch sehr schön wir haben jetzt alle gekillt jo da drüben ist noch einer nein nein da sind noch welche da sind noch welche vorsicht granate braucht jetzt trotzdem jemand von euch eine cluster mine ich hab eine abgelegt ich bin grad gut ausgerüstet sehr gut ey wir blitzen hier das ist ja cool ja weil da in der Schlitzfalle gelaufen ist ich hab jetzt übrigens wieder ein hirnfäule mod das heißt wir können wieder Zombies und unsere Freunde verwandeln der Schlüsselgarten was wollen wir noch mehr bringen sehr geil ähm das bringt mitnehmen mitnehmen immer schön mitnehmen das zeug hab ich so wohin jetzt da ist doch grad ne Mission ja fahrt nehm doch sie gleich mit oder ja wo ist sie denn ja hä oh wo ist sie denn da ist sie fuck ich muss weg junge komm ab eliminiere das Gro oh nein wo ist das schnapp mauro na dann auf zum Jugger was ein Juggernaut ist da oh oh ja na das Großwild war doch gestern ein Juggernaut ja auf ins Auto ich bräuchte rein ich bräuchte rein theoretisch auch mal was zum verkaufen äh Twitter dir hinter dir einer hinter dir einer hinter dir einer ja der nach fuck ja danke mach dich hinter dir weil alle an das Auto scheiße das erlaubt schon wir nehmen das hier Der hat wieder kaputt gemacht, eieieiei Stefan. Der war schon vorher kaputt. Oh cool, ich hab nen Zufallsextra bekommen. Hab ich auch. Ich heile jetzt, wenn ich Leute abschieße. Ich hab doch bitte Waffen-EP. Oh fuck. Äh, ich bin drin. Ist mit Leute heilen, ob schießen und erinnert mich irgendwie an Borderlands. Oh, scheiße, ich bin ausgestiegen. Wartet! Äh, Alex, ich hab auch... Ich lauf auch mit ner Heil-Aura rum, sodass ich meine teammates heilen kann. Du musst schon eigentlich... Au! Papa! Da haben wir anscheinend jede Menge andere die Spiele in Einfluss auf den Zombie-Modus. Ja. Und vor allen Dingen, was auch cool ist, du kannst halt den Zombie-Modus auch spielen, wenn ihr noch 20 andere Spieler gefühlt drin hocken und die machen ihr Ding und wir machen unser Ding. Ähm. Ja, scheint so. Da hinten ist die Belohnung. Hä? Wir haben schon Belohnung bekommen. Können wir überhaupt schwimmen? Nicht, dass wir jetzt sterben. Ja. Oh fuck. Fuck, Leute! Ah! Ja. Schwimm los! Ich schwimme um die Wette. Wir schwimmen und wir schwimmen und wir schwimmen und wir schwimmen nicht. Gucken, was hier drinnen... Au! Gucken, was hier drinnen ist. Äh. 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 Ja. Schweizer Gamer-TV. What the hell? Ähm. Wie kann man eigentlich, Stefan, wie kann man den Chat hier öffnen? Chat? Ja. Äh. Eingabe. Enter. Äh. Hier, ich hab was für euch. Erhöhung der maximalen Gesundheit. Da bitte. Haben wir ja schon. Wer noch nicht hat. Hinter dir! Wegen deutschen. Also für's Content Pack 3 allein hat's noch knapp ne Stunde. Oha. Krass. Ja, dann machen wir's. Bloßes Content Pack 3 und nicht Modern Warfare. Das Modern Warfare alleine wird dann eben die knappen drei Stunden dauern. Oh krass. Aber nichts, äh, also ich hab nächste Woche Urlaub. Also ich kann dann auch, äh. Ich glaub, wir haben immer wieder Zeit. Ja. Außer Donnerstag. Es sind miteinander über 40 Gigabyte. Was soll denn der Mist? Ja, musste ich gestern auch runterladen. Ähm, ich suche uns mal ne Mission. Machen wir. Gut, weise. Da wär ja hier gerade halt alle so sitzen. Hier. Wie der Speck 1 und 2 noch mit dazu sind wir bei Nummer 14 und Nummer 3. Ich weiß nicht. Wir haben's trauft. 71 Gigabyte. Könnt sich vor sein, dass wir wieder rüberschwimmen. Äh, ich stell von vor allem, dein Auto ist bald kaputt. Also. Ich steig lieber aus, bevor ich wieder sterbe. Ja. Ich will nicht in die Luft fliegen. Kannst du einfach auch deine Rüstung mal hoch machen nach Hannes? Nö. Wegen dir nicht. Ja, dann stirb ich. Aber jetzt, ich hatte vorhin, ich hatte vorhin, äh, ne, gestern, gestern war das. 2 x 14 Gigabyte, 1 x 17, die ich updaten musste. Ich hatte aber vorher schon 50, äh, Gigabyte Update so. Ja, 14 und 17 sind das 2er und das 3er Pack. Ja, genau. Ich lade nach. Und wie gesagt, 50, 50 Gigabyte. Oh, guck mal, ein Zombie-Kumpel. 50 Gigabyte. Ja. Weil ich so ein Mod hab und dann killt der andere Zombies für uns. Hier ist auch ein Verkaufslaut. Sehr gut. Und die 50 Gigabyte Update, die waren fernab von dem, was da dann noch runterladen musste. Kaufe mal. Ja, ich, äh, pass auf den Arsch auf. Kannst du jetzt? Also, falscher Kontext. Kann man bitte jemand auf mich kurz aufpassen? Ja, ja. Ich verkaufe auf. Alles gut. Danke. Wenn man keine Kontext tut, dann... Aua! Soviel zum Thema. Hier passt auf. Das war noch einer. Oh, zwei! Aua! Da kommt gar nicht wieder. Da kommt gar nicht wieder. Aua! Ach du Scheiße, was denn hier los? Ja, dann, äh... Was denn hier für den Partner? Was denn hier für den Partner? Ich springe von den Dächern noch gar nicht. Ja. Ich kann mittlerweile auch von der Däcke springen. Ähm, Schlüsselkarte für Söldner-Festung. Hat doch Steffmann schon. Ja, hab ich schon. Gut. Mit dem großen... Mit dem großen Rucksack kaufe ich noch. Ja, das mach ich auch. Der ist wieder weg. Und die zwei Platten-Panzerweste haben wir ja. Eine Gasmaske kaufe ich auf jeden Fall noch. Ach ne, hatte ich schon. Scheibencluster. Egal. Braucht jemand eine Gasmaske? Ähm, ich hol mir noch... Ich hab den Luftschlag. Ich hab auch eine Klaster-Mine. Ich hab auch eine Klaster-Mine. Ich hab auch eine Klaster-Mine. Ich hab zwei Klaster-Mine. Ich hab zwei Klaster-Mine. Was hält man das? Jetzt hab ich auch eine. Ja. Und das Update war 126 Gigabyte. Ja, ist aktuell, ähm... Ja, Wahnsinn. Und das hat gestern automatisch um halb fünf gestartet. Ja. Und zwar aber um Mitternacht fertig. Hier ist ne Kiste. Ja, sehr gut. Und die kompletten Add-Ans fehlen. Oha. Ja, so war's bei mir auch. Das hat mich ziemlich verarscht gefühlt, ne? Also... Also, ich nehm' Mission an. Warte. Wie bitte? Die ist ja Activision, oder? Wie bitte? Die ist ja Activision. Ja. Die haben... Die haben doch noch nie so ein Bullshit gemacht. Ne, haben die auch nicht. Das ist jetzt... Wie gesagt, das kam jetzt erst... Mit Black Ops kam das. Mit Black Ops 6. Weil die Vorgänger ist noch nie so irgendwas passiert. Da hast doch die normalen Spiele, die dann auch alle zocken können. Ja. Auch wenn das normale Hauptspieler Update hat. So eine Scheiße. Das ist halt typischer Klinischen. Wenn du so willst. Mittlerweile ist das typisch, oder? Ja, nicht. Kumpel. Loll. Kumpel Zombie. Das ist total witzig. Jetzt geht der los und kehrt alle anderen Zombies. Hihihi. Wie? Hey, pass jetzt hier auf. Das ist geil. Ich hab grad so'n Buff, wo ich seh, wo Kisten sind und sonst irgendwas. Ja, das ist nicht schlecht. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Geh drauf. Unkompetent. Oh, das ist ein riesiges Viech. Ja, das muss ich mal killen. 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 Scheißviech, Alter. Puh. Alter, das war ja nicht. Jede verschossene Kugel hat eine kleine Wahrscheinlichkeit. Oh, cool. Jetzt hab ich in meinem MG 300 Schuss. Ich hab's. Und ich hab zwei große Magazine. Das ist geil. Ich geh mal hier trotzdem noch in das Haus gucken. Ich brauche A-Kiste. Ja, in die Kisten. Sehr nice. Da war ne Claymore. Hier lag ein Streumino. Oh, oh. Ach, das war Stefan. Ja. Schreck mich nicht so. Hier ist, äh, ne Waffe drinnen, falls jemand braucht. Oh, oh, oh. Oh, Klasterminen. Ich hab jetzt drei Klasterminen. Ja. Also ich bin jetzt geclustert. Aua. Ich bin ausgeclustert. Was ist denn ne Waffe? Jetzt haben wir nen Kumpelzombie. Nicht erschrecken. Äh, weiß nicht. Ich würd sagen, es ist ein Sturmgewehr. Ich hab jetzt nicht genau drauf geguckt. Stufe 2. Ne SDA. Das ist ne SDA. Die nehm ich tatsächlich. Hier ist ne Gasmaske, falls jemand drauf. Ja. STA ist nämlich nicht mal so schlecht. Das ist 7,62. Das ist ein halbes Sniper. Ein halbes Sniper. Der Boden wackelt. Oh, geil. So, ab zum nächsten. Was auch immer, was wir machen wollen. Äh, wir können uns auch versuchen zuerst mal wieder zu safen. Ja, exfiltrieren würd ich auch vorschlagen. Aber jetzt haben wir grad Söldner hier. Die nehmen die Söldner kurz hochkommen. Die machen ich so gut. Wenn die schon da sind. Sind da uns. Ich freue mich um die Söldner. Ich versuche nen Zombie-Freund. So, ich hab nen Zombie-Freund. Der müsste eigentlich auch auf Söldner losgehen. ist explodiert ich weiß ja nicht ist das erzählen so etwas festung oder ist das ohne popo ich glaube wenn das hier eine festung ist dann müssten wir ja irgendwo was finden wo wir unseren schlüssel reinstecken können ist ein stecken der schlüssel reinstecken gesagt auch wenn er feld 46 gut gerankt ist ist nämlich ein waffenschlag st 14 wir suchen noch das loch normalerweise sind harte drum warum liegt hier stroh ja also ich habe nichts gefunden schlüssel sind das was gesagt schlüssel sind der nächste schritt um irgendwas zu eliminieren ich habe das ist in old town also da wo es dann richtig heikel wird ok aber naja da gehen wir jetzt noch nicht hin wir müssen uns zuerst mal hoch rüsten nuckelchen selbst mal zuerst die waffen ja exfiltrieren ich guck mal wo der nächste exfiltrationspunkt ist äh der ist hinter näher da nein das ist ein auto ok wir können durch stufe 2 rennen bist du dir richtig dass du explodiert stufe 2 machen möchtest ja wir sind zu dritt und wir haben gute ähm mods uah ich leuchte ja wie cool was kann ich jetzt mein kumpel zombie ja ich würde versuchen sie brauchen schon ein bisschen mehr schüsse gell ok dann suchen anderen exfiltraten wo ist denn hier noch ein anderer punkt und ja das wird der der jetzt am nächsten war alle anderen werden wahrscheinlich tausend meter weit weg sein ja wir können uns ein auto holen entweder den wir können es ja probieren sonst aber ich bin mir nicht sicher ob wir das packen mittlere bedrohung halt ich bräuchte vorher noch mal munition können wir kurz zu dem munitionslager hier drüben gehen also bleibt hier kurz stehen ich gehe mir muni holen macht das weil hier drüben ist irgendwo die frage ist nur wo wir können hier doch draußen gehen dann haben wir die frage ist da oben und die muni ist da drinnen und da drinnen sind so mies ich komme ich komme du willst wie ich hier rein ich gehe jetzt hier rein hier muss ja irgendwo die muni sein also hier ich hab aufgeladen wir können raus ich bin raus ich bin die meine hat noch 92 prozent die war ich gehe doch mal rein ja ich hätte mir auch irgendwie die freunde verstören um die christen auf zu machen aber wenn man nicht rausgefunden wie Aber woran erkenne ich, dass die irgendwie treffbar sind? Keine Maske mehr. Du musstest los suchen. Interessant, frage ich mich jetzt auch gerade. Wir haben jetzt eigentlich alles zerstört. Ja, guck. Ach, da oben ist keiner. Entschuldigung. Jetzt. Alles gut. Ja, wir haben es gesäubert. Congrats. Naupalm. Ich habe Naupalm gefunden. Große Ätherkiste. Was ist denn drin? Nichts mehr. Danke. Cool. Alles gelootet. Hilfe! So, also komm, wir gehen zum Exinflationspunkt. Ja, ich habe jetzt genug Munition, um Kumpelzombies zu erschaffen. Wollen wir das Auto hier nehmen? Ja, da sind ein paar Gegner, sehr viele. Ja, knallen wir die Gegner ab, kurz würde ich sagen. Entschuldigung. Ja, ja. Seltener. Ja, ja. Also, vieles ist was anderes. Hab ein Auto. Ja. Wollt ihr mal einschalten? Habt schon wie, Kumpel. Ja, steigert. Bin drin. Steigert. Bitte? Let's go. Fahr'n back. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Aber taut sich, das Auto wieder kaputt ist ja klar. Tönerin. Oh, zur blauen... Wollen wir mal zur blauen Kiste noch? Nee. Weil ich will essen. Gebt dir Rücken, der Kopf! Wann sind wir da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Nee. Ich hab Hunger. Komm, lass uns zu McDonalds. Du musst dich verfressen. Oh, bitte nicht. Ich hab kein Verbrechen. Jihau! Alter! Alter! Du hast gleich das Auto richtig kaputt. War schon vorher kaputt. Also, ich lauf den Rest. Ich lauf den Rest. Du sollst sitzen. Bleiben wir mal ins Maul halten. Ich will nicht in die Luft fliegen, dank dir. Und dann strengt er dich aus. Halt an, halt an, halt an, halt an. Hier ist der Fliegel. Ja, nein. Ach nee, der ist ja immer noch da hinten. Weiß ich. Voll idiot. Alter, mir wird's schlecht bei der Fahrweise, Junge. Boah, mir wird's schlecht, wenn ich ihn noch höre, Alter. Super, hast du das gemacht. Super. So, dann hören wir mal. Richtig. Ah, nee, ich starte. Ich hab's schon. Komm, Zombiefreund. Oh, fuck. Telefon. Oh, 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 oh. Scheiße. Ja. Hol die Atombombe, hol die Atombombe, Stefan. Hol die Atombombe. Fuck. Lass in Ruhe. Ich bin dead. Ich bin auch dead. Aber hol dir halt die Atombombe nicht. Und der Heli ist da. Na toll. Ich boxe die einfach weg. Ja, dann hörst du uns eigentlich, oder? Ich bin tot. Oh. Aber Stefan kann uns auf jeden Fall noch wiederbeleben. Sehr gut, macht er gerade. Vorsicht hinter dir Stefan. Weiß ich, ob er uns gebootet hat oder nicht zuhört? Ich habe keine Ahnung. Ich höre auf jeden Fall den Stefan nicht mehr. Oh, er ist noch ein bisschen. Er hat wahrscheinlich das Telefon gekriegt. Wieder mal. Dann beutet er. Aktueller Stand von meinem Updates Download. Ich weiß nicht, was im Internet los ist, aber die Downloadrate liegt bei 90 bis 100. Wollen wir nochmals probieren? Ich probiere es jetzt nochmals. Wie lange dauert das jetzt noch mit dem... Ja, Stefan, du hättest deine Atombombe holen können. Ich habe den Alex nicht verstanden. Ich bin jetzt drauf, weil jeweils einmal 2.7 und einmal 3.2 dabei sind. Okay. Ach komm, lad doch gleich schneller nach. Ich zock jetzt nebenbei Pokémon Dungeon auf der Switch. Mach das. Was? Was? Wollen wir jetzt nochmal starten? Ich habe sie nicht startet. Läuft schon. Hast du schon? Ja, ja. Dann müssen wir wieder hoch machen, vielleicht überlegte länger. Ja. Tonbombe, ich hole sie. Da war für dich ein paar Minuten in Ruhe. Zurück bleiben. Ich gehe runter. Heli kommt. Wann rein. Warte, 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 warte. Ich auch. Komm, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, Mama. Warte, Heli und rein. Das ist Far Cry. So, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja. Anna, hast du gehört? Ja. Wir müssen auf jeden Fall exfiltrieren und in den Heli, um unsere Sachen zu safen.